Du bist hier auf diesem Video gelandet, wahrscheinlich, weil du aktuell jetzt nicht hinbekommst, deine Paid Ads profitabel zum Laufen zu bekommen, ja, als E-Commerce Brand. Ich kann dir schon mal eins mit Sicherheit sagen, nach diesem Video wirst du die Antworten darauf haben. Alles, was du dafür mitbringen musst, ist lediglich ein Zettel oder eine Google Doc, wo du nebenbei die Sachen aufschreiben kannst, ein Zettel und ein bisschen Geduld. Und ja, ich weiß, dass du das besonders viel verlangt, aber wenn du nicht in der Lage bist, dir mal ein Video, was 10 bis 20 Minuten geht, was dazu gemacht ist, um dein E-Commerce Unternehmenswachstum zu fördern, wenn du dann entscheidest, dir die Zeit eben auch zu nehmen, dann solltest du mal fragen, ob du überhaupt E-Commerce machen solltest oder überhaupt ein eigenes Unternehmen aufbauen solltest. Also, mein Name ist Julius Kinzel, wir haben es uns bei E-Commerce Orbit zur Mission gemacht, das quasi unmöglich zu machen, als E-Commerce Brand nicht abzuheben, ja, das Ganze in Vollzeit zu machen, das Unternehmenswachstum konstant voranzutreiben. Das machen wir tagtäglich mit unseren Kunden gemeinsam und heute will ich dir eben zeigen, wie du das Thema Profitabilität in den Griff bekommst. Also, E-Com Quick Fix in 20 Minuten solltest du alle deine Antwort haben. Hier ist ein schöner Graph, ja, Earnings E in Time, also Einnahmen in Zeit. Und das Video baut auf zwei anderen Videos immens auf, das heißt, solltest du diese Dinge noch nicht angeguckt haben, empfehle ich dir, dir erstmal diese Videos anzuschauen, die sind hier auf dem YouTube-Kanal, ansonsten unter dieser Beschreibung ist auch nochmal die Google-Doc hierzu und da sind auch noch diese Video-Google-Docs verlinkt, kannst du alles durchlesen, runterladen, genau. Das ist also absolutes Fundament für das Ganze hier. Wir haben in den anderen Videos schon darüber geredet, dass Earnings in Time quasi bedeutet, okay, dass er diese Graph einfach darstellen soll, um diesen Sweetspot zu finden, ein Angebot zu finden, was deine Zielgruppe wirklich interessiert, also es ist ein Trial and Error. Und je nachdem, desto mehr Zeit du in eine Zielgruppe investierst, desto besser du sie verstehst, desto einfacher wird es fallen. Woran weißt du jetzt, dass du eine Offer, also deine Marke, so positioniert hast, dass es funktioniert? Das merkst du sehr, sehr drastisch, denn hier der Chart illustriert ganz gut, du spendest quasi einfach deine Ads, das ist eigentlich kaum profitabel die ganze Zeit, du hast relativ schlechte Resultate, ROAS 1, 0,5, 1,5, unter Breakeven ROAS, vielleicht gerade so Breakeven ROAS, minimale Marge, oder es ist aber nicht wirklich möglich, das Ganze zu skalieren, weil dann die Performance zu krass einbricht und du nicht genügend Marge mitbringst, um die geringeren Marge eben auch zu rechtfertigen. Und dann findest du halt einfach endlich mal ein Angebot, du brandest dein Angebot um, du sprichst deine Zielgruppe jetzt anders an, du hast einen anderen Angle, den du eben getestet hast und dann merkst du einen massiven Uplift, 30, 50, 100% bessere Resultate, wenn ich sogar 300%, das soll es dir einfach ein bisschen illustrieren. Ja, ich denke, das kommt auf jeden Fall damit rüber. Und genau, dann weißt du auf jeden Fall schon mal, okay, Offer ist deutlich besser. So, das heißt, es gibt quasi drei mögliche Gründe, die ich sehe, warum deine Paid Ads aktuell nicht profitabel laufen und zwei davon haben wir halt in anderen Videos besprochen. Baut halt, wie gesagt, diese Grafik baut auf diese Videos auf. Es gibt auch noch Möglichkeit drei, so, die sich auch viele gar nicht so bewusst sind, denn am Ende des Tages darfst du bei der Füllung deines No-Brain-Angebots natürlich nicht vergessen, dass du auch Geld verdienen musst. Und jetzt wird jeder denken, hey, ich habe meine Kosten so durchgerechnet, dass es profitabel ist. Ja, ich habe meine Zweierkalkulation, ich habe meine Fährerkalkulation, wie auch immer. Wirklich durchdacht haben sie es aber nicht, weil sie gar nicht die Erfahrung mitbringen von Social Media Advertising, sonst würdest du ja schon erfolgreich Meta, Google Ads, whatever schalten. Du bist gar nicht in der Lage einschätzen zu können, wie viel du wirklich an Margen mitbringen musst. Und genau darum soll es nämlich heute gehen, nämlich, wie sicherst du Profitabilität neben den anderen zwei Sachen ab, nämlich Möglichkeit drei von drei. Und du könntest natürlich an sich deine Produkte verschenken, im Auge deiner Kunden, also sicherlich das addaktivste Angebot von allen möglichen Optionen, jedoch würdest du zügig out of business gehen. Ja, obviously, das ist ja das Thema Marge, du musst ja auch Profit machen. Vergessen tatsächlich viele Brands da draußen, dass man auch Profit machen muss und Umsatz nicht gleich Profit ist. Aber wir wollen dafür sorgen, dass du es verstehst, dass du nicht einer von den ganzen Firmen bist. Der ist vergisst. Daher musst du nicht nur ein goldenes Angebot finden, was einmal frei mit deiner Zielgruppe korrespondiert, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Idealerweise 20% plus Nettomarge. Die meisten E-Commerce-Marken haben tatsächlich keine gute Nettomarge, eher zwischen 5% bis 12%. Online einsehbarisch sind verfälscht, beispielsweise Google-Ergebnisse. Also wenn du das Ganze jetzt googeln würdest, würde wahrscheinlich kaum mehr ab, viele Brands generieren 15% bis 20% Nettomarge. Ist Nonsens, kann ich dir aus Erfahrung nennen. Das sind verfälschte Statistiken. Da wird auch eine Menge reingezogen in diese sogenannten E-Commerce-Brands, die nicht mehr die klassischen E-Commerce-Brands von heute sind. Da ist einfach die Definition sehr, sehr breit. Wenn du also eine höhere Nettomarge hast, 50 bis 25%, kannst du es dir leisten, einen Wettkampf aus den wichtigsten App-Plattformen zu überbieten. Oder auf den wichtigsten App-Plattformen zu überbieten. Wir wollen mit der Zeit, wenn wir halt auch noch hardcore skalieren wollen später, je nachdem, wie groß auch deine Ambitionen sind, wo du deine Brand siehst und so weiter und so fort, wie viel Zeit du eben auch reinvestierst, wie viel Fleiß, wollen wir natürlich langfristig ordentlich auch aufs Gas drücken und dann wird natürlich auch die Marge darunter leiden. Wenn du also mit einer Nettomarge von 5% schon anfangen willst zu skalieren, dann wirst du relativ schnell merken, dass das System anfängt zu brechen, schon nach den ersten Ad-Sment-Anhebungen. Warum, weshalb, wieso, ist nochmal ein anderes Thema für ein anderes YouTube-Video, haben wir auch an gewisser Stelle schon mal thematisiert. Bevor wir jedoch darüber sprechen wollen, wie du deine Konkurrenz ausspielst, musst du jedoch erst einmal profitabel Werbung schalten. Das ist ja eigentlich das Thema für heute, wenn du darüber redest, schaust du das Video wahrscheinlich an, weil ja aktuell einfach noch keine Profitabilität gegeben ist. Eine Fähigkeit, die mehr als 60% aller Firmen, die nicht bei uns Kunden sind, nicht mitbringen. Um zu evaluieren, ob deine Kampagnen profitabel sind, ziehen wir in der Regel den sogenannten Break-Even-Ruars in Betracht. Dieser gibt an, bei welchem Return-Wert wir weder Geld verdienen noch verlieren, also quasi plus minus null, ohne Beachtung von administrativen Ausgaben, wie ein Office, Team, Apps und Co., was dann groß sowieso nicht beachtlich erwähnenswert sein sollte. Das heißt, wenn du aktuell zum Beispiel 2.000 oder 4.000 Euro im Monat Umsatz machst, und du hast ein Office oder du hast ein Team oder irgendwelche großen kostspieligen buchhalterischen App-Applikationen, dann solltest du mal auf jeden Fall zusehen, dass du relativ schnell rauskattest, war es komplett unnötig, brauchst du aktuell nicht. Genau, also wenn wir uns jetzt den Break-Even-Ruars, also wie gesagt nochmal, Break-Even-Ruars ist quasi, du gibst jetzt einen Euro aus und nimmst wieder einen Euro ein. Das heißt, es ist genauso viel wie auf dem Konto wie davor. Ja, es hat sich nichts verändert. So, was jetzt halt viele machen ist, sie sagen, okay, also sind sie nicht bewusst, überrechnen das einfach gar nicht durch. Sie schalten jetzt Werbung, geben 1.000 Euro aus, und sehen dann dort zum Beispiel in ihrem Shopify Dashboard, wir haben 1.000 Euro wieder eingenommen, gut, deckt sich, alles gut. Vergessen dabei, aber sie hatten ja auch noch Kosten am Versand, wenn der Kunde es nicht übernehmen sollte, was bei vielen Brands auch nicht der Fall ist, weil sie Kosten am Versand anbieten, weil sie es nicht durchdenken, ob sie es überhaupt leisten können. Retourenquoten, auch ein großes Thema, können einen kompletten Business Case zerstören. Dann haben wir an sich die Fulfillment Kosten pro Unit, also wenn du zum Beispiel einen Third-Party-Fulfillment-Service hast, Logistik-Center, was es versendet, ob du es bei dir aus der Garage versendest, ja, dort auch die Zeit und so weiter und so fort. All das vergisst man dort einzurechnen, und genau das wollen wir machen, um wirklich herauszufinden, okay, ab wann sind wir denn überhaupt profitabel. Ja, oder zumindest erstmal die Kosten, die wirklich relevant sind für die Bestellung. Und deswegen ohne administrative Ausgaben, wie Office, Team und bla bla. Auch das kann man natürlich nochmal machen. Das war noch ein anderes Thema, auf ein anderes Video. Wie machen wir das Ganze? Wir wollen erstmal die Produktionskostenanteil, diesen eben berechnen, indem wir die Gesamtkosten an Produktion, das ist also quasi, entweder wenn du das Produkt einkaufst, ja, oder wenn du es halt selber produzierst, zum Beispiel wenn du im Handwerk, also wir haben auch ein paar Brands zum Beispiel aus dem Handwerk, die was aus Holz produzieren, aus Metall oder so, irgendwann irgendwas formen. Quasi einfach, was kostet es dich, dass das Produkt da ist, ja, hergestellt ist. Und mit da meine ich auch, dass es bei dir im Lager oder von da, wo es versendet wird, liegt. Das heißt, du musst natürlich auch einrechnen, wie viel zahle ich eigentlich für diesen Versandweg vom Produzenten zum tatsächlichen Versandservice, ja, zum Logistiker quasi, damit du es dann wirklich auch weiter senden kannst an Endkonsumenten. Wenn du das überspringst, da fehlen dir auch ganz schnell mal 10%, 15% Marge, die du vergessen hast einzuberechnen, dann geht dein Business Case ja nicht auf. Und dann wollen wir natürlich noch den Weg, die Gesamtkosten des Fulfillments, also quasi, damit das Produkt beim Endkonsumenten landet, aus dem Versand, ja, also quasi, da wo das Produkt liegt, damit es versandfähig ist, zum Endkonsumenten, wie viel zahle dafür. Und wenn du zum Beispiel kostenlosen Versand anbietest und es selber, und selber quasi versendest, auf eigene Kosten, ja, dann fallen da zum Beispiel mal, nachdem was, wie groß das Paket ist, 3,90 Euro an, ja, 7,90 Euro. Oder, ja, vielleicht verschickt es auch was sehr, sehr, sehr groß, du hast bei dir 50 Euro Versandkosten oder versandest halt in den internationalen Raum und hast das nicht wirklich optimiert, das kommt genau hier hin. Und dann hast du zum Beispiel, wenn du es nicht selber verpackst, wobei ich auch dort die Zeit so ein bisschen runterrechnen würde mal, pro versendete Unit, also pro Paket, haben wir natürlich, wenn du zum Beispiel bei einem Third-Party-Fulfillment-Service hast, hast du dort auch Kosten, zum Beispiel von 2 Euro pro Paket, 4 Euro pro Paket, plus pauschale Y nochmal für gewisse, das ist immer unterschiedlich, da gibt es unterschiedliche Preismodelle, aber auch dort kommen nochmal Kosten auf dich zu und auch die wollen wir hier einrechnen. Und wenn wir das zusammenrechnen, haben wir einen Wert, den wir durch den Bestellwert, nämlich für dieses Produkt, was hier produziert wurde oder eingekauft wurde, plus der Versand, ja, zum Endkonsumenten durch den Bestellwert des Produktes, das wir versenden. Rechnung, die also, genau, das rechnen wir durch, das machen wir auch hier unten gleich einmal beispielhaft und dann nehmen wir den Wert, der hier rauskommt und rechnen den in diese einfache Rechnung, nämlich 1 durch, Klammer auf, 1 minus 0,xx, so, wie schaut das Ganze jetzt in der Praxis aus, ja, Gesamtkosten der Produktion, plus Gesamtkosten im Fulfillment durch den Bestellwert, ja, da gibt es jetzt zum Beispiel Gesamtkostenproduktion, du verkaufst zum Beispiel dein Produkt für 35 Euro, ja, und kaufst das ein für 10 Euro beispielsweise und dann hast du noch Gesamtkosten Fulfillment, sagen wir mal, insgesamt 5 Euro, ja, bist du bei 15 Euro Gesamtkosten, damit das Produkt bei dir landet und beim Endkonsumenten am Ende. Durch den Bestellwert, wenn wir es jetzt für 35 oder 40 Euro verkaufen, da wird der jetzt wahrscheinlich nicht, wäre jetzt witzig, wenn es 42 Prozent rauskommt, ich habe, die Rechnung ist jetzt auf Basis auf anderen Daten, aber da wird dann irgendeine Prozentzahl rauskommen, ja, und diese Prozentzahl rechnen wir dann um in 0, und dann nimmst du die Zahl, wenn zum Beispiel bei dir 42 Prozent rauskommt, das bedeutet quasi von 100 Prozent, was du verkaufst, von 10 Euro gehen 4,20 Euro, dann sind die 42 Prozent, würden eben abgehen an Produktionskosten und an das Fulfilling, so, und wenn wir nämlich diese Zahl hier, die 42 Prozent, in den 0,42 machen und die hier oben einfügen, ja, so sieht es dann aus, deswegen ist bloß das hier als XX und nicht das hier vorne, das ist auch diese Zahl, die da bei dir rauskommt, setz sie da ein, bitte ohne Prozentzahl, weil es schon umgerechnet ist, und dann hast du hier einen Break-Even-RORS, so, und weil das wahrscheinlich für die meisten super komplex sein wird, haben wir hier eine Tabelle, so, da kannst du draufklicken, wir haben auch das Dokument mal wieder unten mit hinterlegt, ja, in, in unserer, in unserer Videobeschreibung von YouTube, du wirst dieses Dokument jetzt wahrscheinlich nur sehr, sehr schlecht sehen in dem Video, weil wir immer so einen gewissen Teil des Bildschirms übertragen, ja, ich schaue mal, ob ich hier irgendwie noch, dass wir mich noch ein bisschen bewegen kann, nein, leider nicht, okay, schade, ähm, nichtsdestotrotz, du kannst hier quasi dann die ganzen Gebühren eingeben auf der rechten Seite, ja, du siehst das hier, und auf der linken Seite werden dir dann Werte ausgespuckt, ja, hier links, du siehst es leider im Video nicht, hast du noch einfach auf die Tabelle liegen, guckst sie einfach an, ja, ähm, mach dir eine Kopie davon, das ist ganz wichtig, bitte nicht beantragen, einfach eine Kopie erstellen, geht auch relativ simpel, soll es eigentlich in der Lage sein, dazu eine Google-Tabelle zu kopieren, und dann werden dir dementsprechend hier alle Werte ausgegeben, wann bist du breakeven, ab welchen, diese Werte hier drunter, das wirst du auch links hier sehen, äh, siehst du dann ganz genau, okay, da haben wir dann 10% Marge, da haben wir 20% Marge, da haben wir 30% Marge, ja, ganz wichtig an der Stelle, so, und das werde ich jetzt auch einfach mal, nochmal ganz kurz hier einmal anpassen, damit du das auch gleich siehst, ja, äh, und, so, links, ja, das so, so, mal gucken, ob du das jetzt hin kannst, ja, jetzt kannst du es sehen, perfekt, so, da zieht man mich mal ganz kurz nicht, und dann solltest du auch hier sehen, okay, ähm, das sind alles Netto-Werte, in der linken Spalte, ja, du gibst quasi hier deine ganzen Kosten, ahn und Co., ja, hier den Netto, bitte alles in Netto-Werten, hier, überall wo Netto steht, Netto, und, äh, alles was rot ist, bitte nicht anfassen, das wird automatisch berechnet, und dann hast du wieder ein AOV, wird daran berechnet, am Netto-Wert, also AOV ist sozusagen ein Produkt, der Kauswert, da hast du Netto, Break-Even Roars, wichtig ist, dass wir alles in Brutto umrechnen, warum, weil am Ende des Tages die Ad-Plattformen, auf Brutto das Ganze berechnen, ja, das heißt, ja, ich würde mich, was ich sage, mein Webcam noch vorne, ähm, du musst es so vorstellen, wir haben hier überall die Netto-Werte, ja, 25 Euro, ähm, hier haben wir Einkaufskosten von 20 Euro, die wenigsten Ad-Plattformen berechnen aber den Roars anhand des Netto-Wertes, ist aber wichtig, dass wir diesen Netto-Schritt einmal zwischendurch machen, ja, ähm, aber als Zwischenschritt und dann erst umrechnen auf die Ad-Plattformen, ist ein bisschen komplexer das Thema, würde nochmal für ein einzelnes YouTube-Video reichen, merkt einfach jetzt, dieser rechte Werk, dieser rechte Wert ist das Einzige, auf was du achten solltest, das heißt, Break-Even Roars, Netto ist das und Brutto-Break-Even Roars ist das, ja, und darauf fokussierst du dich bitte, auf die Sachen, rechnest du bitte, nutzt auch mal die Tabelle, bilde die ganzen Sachen aus und dann hast du hier irgendwelche Werte, so, jetzt mal wieder zusehen, dass alles zurück zum Alten kommt hier, zeigt, und dann können wir jetzt dementsprechend auch noch weitermachen in unserem Dokument, nämlich, wenn wir das Ganze jetzt ausgerechnet haben, wissen wir eben, was unser Brutto-Break-Even Roars für dieses einzelne Produkt ist, weil du kannst meinetwegen auch, wenn du halt in einem ganzen Store für alle Produkte ungefähr dieselbe Marge hast, kannst du natürlich auch produktübergreifend für alle Produkte im Store kalkulieren und dann mal den Durchschnitt ausrechnen. Wichtig ist, wir wollen uns natürlich irgendwo in Perspektive setzen und du wirst nicht wissen, was ein guter Brutto-Break-Even Roars ist, um skalieren zu können, deswegen gebe ich dir mit, ein guter Brutto-Break-Even Roars, ist zwischen 1,3 bis 1,8, dann hast du genügend Marge, um auch wirklich mal richtig aufs Gaspedal drücken zu können, langfristig. Hast du knapp über 1,8, ist es noch okay, dann sage ich dann okay, langfristig, wenn du auch mehr bestellst, wird auch dort natürlich die Kosten per Unit beim Produzenten auch sinken, oder den Einkauf von Materialien, um selber eben das Produkt herzustellen. Langfristig solltest du wirklich schauen, dass du Richtung mindestens, oder Maximum 1,8 gehst, idealerweise Richtung 1,3. Wir haben auch manchmal Brands, die haben tatsächlich eine Brutto-Break-Even Roars von 1,2, 1,1. Das ist dann der Fall, wenn du zum Beispiel ein Produkt für 1 Euro einkaufst und für 30 Euro verkaufst, das ist zum Beispiel im Schmuckbereich sehr, sehr beliebt, sehr gängig. Und der durchschnittliche Gesamt-Roars der meisten Erfrag-Break-E-Commerce Brands liegt zwischen 2,5 bis 2,5. Das heißt, deswegen sollte eben hier dein Break-Even-Roars liegen. Wenn du nämlich einen höheren Break-Even-Roar hast als 1,8, dann wirst du mehrere Monate im Geschäftsjahr haben, in welchem deine Margen bescheiden ausfallen und du es damit schwieriger hast, die gegenüber deiner Konkurrenz durchzusetzen, als auch deinen Profit bei der Skalierung abzusichern, da wenn dein Google-Account Gesamt-Roars, das ist der Gesamt-Roars über alle Kampagnen, wo beispielsweise 2,6 liegt, der Break-Even-Roars sich zu stark in der Nähe befindet. Deswegen ist es natürlich ideal, wenn es bei 1,3 ist und du rechnest mal ein bisschen mit der Tabelle durch, wirst du merken, okay, mit einer Brutto-Break-Even-Roar von 1,3 kannst du sauviel falsch machen und du wirst trotzdem noch Profitablen-Ads schalten. Du hast halt viele Brands und deswegen ist halt auch der Titel Ändere das, weil deine Paid-Ads werden nie profitabel sein. Das ist tatsächlich auch ein sehr großer Grund, warum viele nicht profitabel werden, weil sie einfach immer noch mit sehr alten Kalkulationen an den Markt gehen. Wir damit rechnen, dass sie 10% Marketing-Anteil nur haben. Ich kann ja pauschal sagen, dass du eigentlich im Schnitt 20 bis 35%, ja, das habe ich hier geschrieben nochmal, vom Umsatz allein an die App-Plattform abgibst im Jahr. Ja, natürlich Best-Case irgendwo unter 20%, aber das ist so selten der Fall. Da musst du schon extrem, extrem gute Produkte haben, aber schon eine sehr gute Brand-Identity, hohe Retention-Rate im E-Mail-Marketing und so. Gerade wenn du am Anfang bist, geht es eher so Richtung 30, 35%. Auch hier nochmal gezeigt, 2,5 bis 3, eventuell bis sogar hoch 3,5 wird dann der Gesamt-MER sein, der ROAS, quasi wie viel, wie viel mache ich aus einem Euro, ja, aus einem Euro mache ich 3 Euro im Schnitt und im Ads Manager sieht das dann so aus, seit dieser ganzen Tracking-Thematik, je nachdem, ob du den Tracking-Tool nutzt oder nicht, siehst du vielleicht mal beim Tracking-Tool, ja, je nachdem, wie gut eben dein Tracking ist, auch nativ schon, manche haben halt das Glück beim Werbekonto, dass das Tracking relativ gut ist, wirst du die Werte hier sehen. Du wirst auch spätestens in dem Moment sehen, wenn du halt deine Ads-Band einfach aus dem Ads-Managern gegenüberstellen würdest, natürlich jetzt sehr pragmatisch und sehr simpel runtergebrochen, aber ich will es einfach erst mal sehr simpel erklären daran, ja, du würdest Ads-Band, du hast über alle Werbeplattformen 1000 Euro ausgegeben, hast 4000 Euro gemacht, ist der MIR bei 1 zu 4, das sagt immer noch nicht aus, ob die App-Plattformen sich lohnen zu machen, weil du vielleicht auch noch E-Mail-Marketing und so machst, aber so sieht es einfach aus für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, genau, das ist dann hier so eine Spalte im Ads-Manager von Website-Rohers und dann steht da, wie profitabel du bist und das stellst du gegenüber mit dem Break-Even-Rohers, den du ausgerechnet hast. Manche E-Commerce-Brands schaffen es, ein paar wenige Marketing-Kampagnen folgst, also fuchsgesprechend profitabel zu verwalten, jedoch liegt der Teufel in den unprofitablen Kampagnen, denn diese ziehen in der Regel deinen gesamten Account-Rohers stark hinunter, weshalb du a, ein balanciertes Testing-Framework benötigst, mit welchen wir beispielsweise bis zu 70% eigentlicher Testing-Budgets, die sonst unprofitabel gespendet werden würden, stützen. Das sind Frameworks, die wir halt integrieren mit unseren Kunden und b, wie bereits erwähnt, einen niedrigen Break-Even-Rohers implementieren soll, dass da andernfalls deine Marge zu gering ausfällt. Das heißt auch, wenn du mal richtig Scheiß-Monate hast, auf gut Deutsch, also du hast zum Beispiel Produkte, die man Sommer sich sehr, sehr schlecht verkaufen, dann hilft es dir ja eben einen sehr geringen Boto-Break-Even-Rohers zu haben. Und hier sieht es auch mal Beispiels aussehen kann, du hast eine Testing-Kampagne, eine Skalierungskampagne, wo verschiedene Audiences drin sind und wenn du die ganze Kampagne nimmst und das zusammenfühst, wenn du dann zusammenrechnest, hast du halt eine Rentabilität von 1,5, was vielleicht gerade mal so Break-Even ist, hast du aber Skalierungskampagnen, die dann zum Beispiel 70% des Tagesbudgets ausgeben, also einen Großteil spenden, das ist dann sehr profitabel, 3,2 und dann den Gesamt-Account-Rohers sozusagen hochziehen. Das ist ein theoretisches Modell, das heißt nicht, dass wir in allen Accounts nur eine Testing-Kampagne oder eine Skalierungskampagne oder so haben, das ist völlig unterschiedlich, es kommt brutal, also individuell auf den Case einfach an, genau, das soll bloß einfach mal ein bisschen illustrieren, wie so ungefähr das funktioniert und warum es einen Gesamt-Account-Rohers gibt und das soll ich verstehe, es gibt verschiedene Kampagnen in deinem Ads-Manager mit hoher Wahrscheinlichkeit und genau, da müssen wir natürlich auch einen Überblick darüber halten. Wenn du mit deiner E-Commerce-Brand aktuell struggelst, in Richtung 30.000, 50.000 Euro zu gehen und dann, weil du einfach auch gar keinen Plan hast, wie Paid Ads funktionieren, weil du einfach auch zu komplex findest, dann kannst du gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken, mir ist es total banane, ob du draufklickst oder nicht. Mein Soll für heute ist eigentlich so weit getan mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, du konntest ordentlich Mehrwert mitnehmen. Wenn du aktuell allerdings schon in der Situation bist und bereit dazu bist, dass wir dir was verkaufen, klick gerne auf den ersten Link mal in der Beschreibung. Da erklären wir unseren Service ganz genau, wie wir eben mit unseren Kunden zusammenarbeiten, wie wir innerhalb von drei bis sechs Monaten eben diese drastischen Umsatzsprünge machen. Wir machen jetzt nicht nur wie Social Media, sondern wir gehen wirklich in eine 1 zu 1 Betreuung, aber alles andere, ich will nicht zu viel erzählen für die Leute, die es auch nicht interessiert. Wie gesagt, vollkommen freigestellt für dich. Wenn du aktuell wachsen willst und du hast, für dich ist das relevant, dann wir mal auf den ersten Link in der Beschreibung klicken. Ansonsten für alle anderen viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg damit und dann war es das für das heutige Video. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr mit mir nehmen. Ich hoffe, von dir ist es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020